Was bedeuten eigentlich die 8 Sterne im Logo der UEFA Champions League? Das heute uns bekannte Champions League Logo gibt es seit 1992. Damals wurde aus dem vorherigen Wettbewerb Europapokal der Landesmeister die UEFA Champions League. Während die Champions League heutzutage mit 32 Teams bestückt ist, nahmen im Premieren Wettbewerb, also die erste Saison der neu geschaffenen UEFA Champions League, nur mit 8 Mannschaften in der Gruppenphase teil. Auf diese anfänglich 8 Teams im Wettbewerb gehen auch die 8 Sterne im Champions League Logo zurück. In der allerersten Gruppenphase der Champions League Geschichte in der Saison 1992-93 nahmen folgende Mannschaften teil, auf die die 8 Sterne im ballförmigen Logo zurückzuführen sind. Aus Italien AC Mailand, aus Belgien Klub Brügge, aus Russland ZSK Moskau, aus Schweden IFK Göteborg, der damalige erste Champions League Sieger Olympique Marcel aus Frankreich, aus der Niederlande Pace W. Eindhoven, aus Schottland die Glasgow Rangers und aus Portugal der FC Porto. Vereine aus Spanien, England, Deutschland und der Türkei haben es wegen der fehlgeschlagenen Champions League Qualifikation nicht aufs Emblem geschafft. Von den 8 Erstteilnehmer der UEFA Champions League Gruppenphase sind nur noch 3 davon überhaupt noch in der Königsklasse vertreten. Gemeint ist der FC Porto, AC Milan und Klub Brügge. 3 von 8 spielen noch in der UEFA Europa League. 2 von den 8 Klubs sind heutzutage noch nicht mal international dabei. Ja Leute, das war's vom Video. Wusstet ihr, dass die 8 Sterne im Champions League Logo eine bestimmte Bedeutung haben? Oder dachtet ihr, wie ich auch, dass es keinen besonderen Hintergrund hat und es einfach nur designtechnisch so gehandhabt wurde? Ja Leute, habt ihr auch die Klubs so erwartet? Und viele dachten so, ja der Stern steht für Bayern München, der für Real Madrid, der für den Klub, für den Klub. Und am Ende sind es so, ja IFK Göteborg, ein kleiner Klub. Ja Leute, das war's Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.